Filmstar gesucht. Das DRK Filmstudio braucht Verstärkung. Hast du Erfahrung in Fotografie, Film oder Moderation? Oder möchtest du genau das lernen? Dann bist du genau richtig beim ehrenamtlichen DRK Filmteam. Informieren kannst du dich unter filmteam.darkkarlsruhe.de Hier ist das DRK Filmstudio mit den Roten Kreuznachrichten. Ich bin Helena Spranger. Begeistert in Not. Fast 13.000 Menschen benötigen jedes Jahr die Hilfe der DRK bewacht. Um bei Notfällen in der Hochschule und Mittelgebirge Deutschland schnell von Ort zu sein. Und ich gab sich Tag für Tag 12.000 Ehrenamtliche wie Hier ist das DRK Filmstudio mit den Roten Kreuznachrichten. Ich bin Juliana. Blutrechen retten, leben etwas mit 112 Millionen Blutspenden werden pro Jahr benötigt. Mit nur einem Spenden kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Das Rotkreuz führt jedes Jahr über 40.000 Blutspenden in Deutschland durch. Hier ist das DRK Filmstudio mit den Roten Kreuznachrichten. Ich bin Lukas. Bergsteiger in Not. Fast 13.000 Menschen benötigen jedes Jahr die Hilfe der DRK Bergwacht. Um bei Notfällen in den Hoch- und Mittelgebirgen Deutschlands schnell vor Ort zu sein, energieren sich Tag für Tag 12.000 ehrenamtliche Bergretterinnen und Bergretter. Hier ist das DRK Filmstudio mit den Roten Kreuznachrichten. Ich bin Elias Toliasti. Babysitter gesucht. Der DRK Kreisverband Karlsruhe bietet einen Babysitterkurs an und hat einen Babysittervermittlungsdienst eingerichtet. Eltern und Alleinerziehende sollen mit der Suche nach geschuldeten und zuverlässigen Babysitter unterstützt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 clique und 일단 in die Kontakt zu einem großen Bauten künftigen